Grüß euch miteinander, mein Name ist Valentina Rieser, ich bin 13 und komme aus Thun. Ich spiele sehr intensiv Tennis und bin bei der Kunst- und Sportklasse Thun. Trainieren und nimmst uns Heimberg in der Tennis-Akademie. Meine Hobbys sind Lesen, Backen und in der Freizeit, die ich noch habe, Kollegen treffen. Letztes Jahr, in 2013, bin ich Schweizer Meisterin geworden im 1-2-Doppel und auch international habe ich schon ein bisschen Fuss fassen können. Mein grosser Ziel ist auch Tennis-Profi zu werden, aber um dieses Ziel zu verwirklichen, muss ich auch dieses Jahr 10-13 internationale Turniere spielen und ist mit grossen Kosten verbunden. Es würde mich sehr freuen, wenn ihr mich bei diesen Flug- und Reisenkosten finanziell unterstützen würdet. Merci, Ilma.